Oh, er kommt, er kommt! Leute, nicht dran! Haben wir überhaupt Zugpicknet? Er ist noch drinnen für 2 Euro. Hallo! Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Fichte sticht, die Tanne nicht. Die Tanne nicht. Die Tanne nicht. Die Tanne nicht. Gabi! 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 Die Tanne nicht. ... ... Amen. Ecken, zwei Ecken hat mein Hut und hätt er nicht drei Ecken, dann wär er nicht mein Hut. Ecken, zwei Ecken. Ecken, zwei Ecken. Erster! Ja, jetzt könntest du den zweiten schon daneben legen dann, oder? Den machen wir. Und dann bräuchten wir nur einen dritten am besten. Dann könnten wir es flechten irgendwie. Der hier? Von Piva? Nicht. Abgebissen. Tatsächlich. Der hat zwei vorne, aber der ist richtig richtig dick. Ja, der ist richtig dick. Hier ist der richtig dick. Und wir kommen vielleicht jetzt hier, die haben wir richtig dick. Ja! Also, wir haben versucht, das Baumhaus da drüben nachzubauen, obwohl das überhaupt nicht funktioniert hat. Also haben wir gesagt, das ist unser eigenes Fach. Hier sollte die Treppe nach oben sein. Und ja, das ist die Erdhöhle. Ein, naja, toter Baum. Und ein paar Birk-Ahorn-Mischungen. 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 Und wenn sie zurückfallen, dann war es halt der Bär-Friere. Und wenn sie zurückfallen, dann war es halt der Bär-Friere. Und dann haben wir was anderes. In der Mitte sind ein paar Morsche-Este. Ja, den hab ich schon gesehen, euer Morschen-Este. Jetzt geht sie in der Mitte drüber, bitte. Ja, los! In der Mitte! Jetzt müssen wir Herrn Bauer ein bisschen anfallen. Ja, los! Ja, los! Ja, los! Gehen Sie nicht langsam! Gehen Sie schnell! Ja! Ja! Ja, zurück! Ja, zurück! Jetzt! Naah! Naah! Oh my god! Ja! 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 Naah! Naah! Ja! Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.